So, das erste Team hat eine Marke gesetzt. Wir sind gespannt. Es geht weiter mit dem zweiten Team. Torga Nassar und Rafael Guerreiro sind hier. Ihr seid motiviert? Sehr, sehr motiviert. Ja, sehr motiviert auch. Hier ist auch Lea von unseren Damen. Kann normalerweise ja nichts schief gehen, oder? Wird auch nichts schief gehen. Ich bin gespannt. Also, auf geht's. Auf die Plätze, fertig, los. Avanse, avanse. Ich bin jetzt gespannt, was er vorhat. Vasier, a gauche. Ist das die richtige Taktik? Ich denke schon. Mach her, mach her. T'es lang. Du schaust nicht. Vasier, vasier, a von, a von, a von. Turn a von, turn a von, turn a von. Vasier, vasier. Avange bis hier, avange bis hier, und du fährst einen halben Tour, und du fährst da. Und... T'a mordi. Also, 54 Sekunden, aber zum Schluss die Linie berührt, kommen 5 Sekunden drauf. Das sind 59 Sekunden. Das sah ein bisschen wie ein Sonntagsspazierfahrt aus. Linie ist okay, ne? No, nix, Linie, okay. Auf die Plätze, fertig, los. Das laufe ich übrigens schneller. Das laufe ich schneller. Mit dem Hingebein. Der Rox E09, ein ganz besonderes Auto. Das ist 1 Minute 14 Sekunden. Ist das gut oder gut? Das ist gut. Ist das gut? Sehr gut. Das ist das schlimmste Zeit. Ever, ever, ever. Be careful, Lea. Lea, passen. Ganz genau, wir drücken Lea die Daumen, also auf geht's, auf die Plätze, fertig, los. Jetzt Raphael Guerreiro mit dem nötigen Speed klappt das, das klappt, stopp und der Ball ist im Tor. Neunzigste Spielminute, Torschütze, Raphael Guerreiro. So, sechs Punkte haben die Ladies first. Lea, was sagst du, zufrieden? Ich glaube, es ist noch ein bisschen ausbaufähig, da geht noch mehr, aber es ist eine gute Grundlage. Ich bin gespannt, wie sieht's aus? Was glaubst du gut? Ich denke, es war eine super Leistung für uns. Ja, ich denke, es ist eine große Leistung für uns. Und weiter geht's jetzt im Quiztaxi. Das BVB Quiztaxi ist wieder unterwegs und zwar im neuen Opel Astra Plug-in Hybrid. Ein wunderbares Auto. Das könnt ihr euch anschauen ab dem 7. Mai bei eurem Opel Händler. Lea und Ovo sind bei mir im Auto und wir fangen auch gleich mit der ersten Frage an. Seid ihr bereit? Ja. Also, die erste Frage, die lautet wie folgt. Wie viele Tore hat der BVB in den zehn Jahren Partnerschaft mit Opel in allen Pflichtspielen, Bundesliga, Pokal und Europa geschossen? In 2021, 2022 wird nur die Hinrunde natürlich berücksichtigt, da unsere Jüngste hoffentlich noch ein paar Tore schießen. Waren es A, 978, B, 1030 oder C, 1745? Ja, 90 hätte ich jetzt gesagt und dann 900. Du bist bei 900? Ich hätte jetzt 1.030 eher gesagt. Ja, ich weiß es nicht. 1.700 ist zu viel. Ja, auf jeden Fall. Die anderen beiden sind so nah beieinander. Ja, deswegen ist es bestimmt eins von den beiden. Ja, aber sind wir denn so schlecht mein Gott? Wir nehmen B. Wir nehmen B und B ist sicher? Ja. B ist falsch, wenn er so schon fragt. Und B ist richtig. Sehr gut. Das war 1.030. 1.030. Das war schon toll. So, die nächste Frage, die stelle ich euch nicht, sondern das machen eure Kollegen. Wie oft passt eine Vox E in eine Parklücke von 19,09 Meter? A, 5, B, 7, C, 9. Wie lang ist der so? 2 Meter. Maximal irgendwas zwischen 1, 5 und 2 hätte ich gesagt. So, dann würde er neunmal ein Maßen. Ja, ja. Wie lange hast du vermutlich das Auto? Irgendwas zwischen anderthalb und zwei Metern. Um es mal ganz genau zu schätzen. Weißt du, wie viel anderthalb Meter ist? Okay, vielleicht doch nicht. Vielleicht doch nicht zwei. Ja, aber guck mal, Torgan ist ja gar nicht so groß. Torgan ist anderthalb Meter? Nein, das ist Rafa. Nein, aber wenn wir Torgan da hinlegen, Torgan ist 1,80. Irgendwie sowas. Den legen wir da hin, dann wäre, ja du hast schon recht. Also der ist nicht viel mehr als zwei Meter lang. Neun, ne? Ja, hätte ich auch gesagt. C ist das dann, oder? Neun. Und das ist falsch. Sieben. Natürlich, das Auto ist 2,41 Meter lang. Das wären dann insgesamt 16,87 Meter. Deshalb passt er siebenmal dort rein. In den folgenden Bildern haben sich zwei BVB-Legenden versteckt. Das kennt ihr. Ihr müsst die zwei erkennen. Pro richtig geratenem Bild. Das heißt also, ihr müsst beide Legenden erkennen. Im Moment gibt es einen Punkt. Legenden. Legenden. Ich bin mal entspannt. Auf geht's. Lars Ricken. Ja, Lars Ricken. Und? Boah. Boah, das ist fies. Schmelle vielleicht. Oh ja, das, oh ja. Schmelle. 5 Sekunden. Schmelle und Lars Ricken. Und das ist richtig. Sehr gut. Kommen wir zum zweiten Bild. Das ist echt einfach. Das sagst du so. Wie heißt der? Roman. Wie Roman heißt, weiß ich. Also Roman und? Ist das Poshy? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Pochner. Gut, weg. Roman? Roman? Das ist ja eine richtige Frechheit. So und jetzt wird es einfach jetzt. Das dritte Bild ist wirklich das Einfachste. Zock und dicke. Ja. Das ist richtig leckmischer Marsch. Das habe ich nicht erkannt, Ovo. Ernsthaft? Ich habe mich nicht erkannt. Das sieht man sofort. Aber sofort. So und jetzt gibt es unser absolutes Lieblingsspiel. Lippen lesen. Lea, auf geht's. Ja. Rasensprengler. Radiosprecher? Ja genau. Rasensprengler. Nochmal. Rasen. Rasensprengler. Sprenger. Rasensprenger? Sprengler. Rasensprecher. Nachspielzeit. 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 Ja, das kann man lesen. Taktiktafel. Was? Taktiktafel. Kaffee? Taktiktafel. Taktiktafel. Nachricht. Was? Kann ich auch ein neues nehmen? Ja, ja. Flutlicht. Fuß. Flutlicht. Flutlicht. Nochmal. Flut. Flutlicht. Flutlicht. Konter. Konter. Ich bin mal gespannt, was jetzt für ein Schrott kommt. Nochmal. Konter. Nein. Borsig. Platz. Nochmal. Borsig. Borsig. Platz. Elektrisch. Elektrisch. Nochmal. 5. Elektrisch. 4. Elektrisch. 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 Weg. Okay, kommt noch einer davor. So, eins kann ich euch sagen, ihr zwei, die Konkurrenz hat 15 Punkte. Ihr habt 14 Punkte. Also ihr müsst jetzt auf jeden Fall, um gleichzuziehen, näher an die wirkliche Zahl der Bälle kommen als die Kollegen. Ich gebe euch jetzt 30 Sekunden Zeit, um das Auto zu laufen und dann eine Zahl mir zu sagen. Ihr dürft übrigens die Türen nicht aufmachen. Wir sagen 159. 159 sagt ihr? Wir schauen uns jetzt mal an, was die Kollegen gesagt haben. Wie viel Ball? 110. 110. 110. Eure Kollegen haben gesagt 110. Das macht einen Mittelwert von 134,5. Und tatsächlich sind im Auto 146. Damit seid ihr auf jeden Fall schon mal näher dran als eure Vorgänger. Das kannst du, LeuteNet zu gehen. Be empowern! Aber das hat euch sagen. So ja. sometimes dass er das heißt.